Ok, geht weiter. Jupp. Wir sind... Wir müssen den letzten Mana-Stein finden. Genau. Und wo ist der? Im Falte-Taste. Muss ich aber jedes Mal drücken können. Oh Mann, ey. Ist man doch gewohnt. Ja, ist man gewohnt. Ohne wäre es ja schade, wenn ich das nicht machen würde. Ne. Wäre ja der ganze Witz verloren. Der ganze Scham. Ja. Da steht der Bastard, ey. Guck mal, der hat gar keinen echten Panzer. Der ist ja nur umgeschnallt anscheinend. Ja klar. Ups. Ja, geil. Ey, schein. Ich habe nur gerade eine Hand zur Verfügung. Weil ich was trinke. Ja, mir doch egal. Oder? Ja. Ist das richtig? Ja, klar. Woher konnte man hier nicht her? Deswegen. Oh. Oh, was sollen wir nur tun? Weil wir gerade einen Zauber bekommen haben. Ja. Was macht ihr diese Pflanze hier? Sie ist aus dem Moorscheinwald. Hm, mal sehen. Toll. Ja. Wettenfeuer... Ja, wetten natürlich... Oh mein Gott. Carly! Hallo zusammen! Habt ihr mich vermisst? Nein. Nein. Carly ist gegangen um Heil und Behofer zu finden. Nach einer langen Reise bin ich hier. Kein Dank an euch. Ihr habt Carly ganz allein zurückgelassen. Seht mich an. Äh, entschuldigung. Es ist gut, dass du verstehst. Ich will unbedingt mal mit großen Kanonen fliegen. What the fuck? Du meinst Bon Voyage Kanonen in Maya, oder? Ich habe seinen Namen vergessen. Egal, was wollt ihr? Wir suchen das Elfendorf. Joa. Ah, ihr werdet es niemals finden, aber Carly weiß genau wo es ist. Toll. Wo? Ich sag es euch nicht. Bye. Okay. Die dumme Alte. Die dumme Alte. Aber wir, weißt du, wir finden das schon selber raus. Ja, ich weiß auch. Guck mal, sie liegt da. Guck mal, wie sie da liegt. Wow, die hat ja richtig reingehauen. Die ist richtig weit gekommen, weißt du? Ja. Schön, dass sie uns das gezeigt hat. Ach. Na, was ist los, kleine? Hab mich erschreckt. Ich würde nicht allein durch diese Wälder gehen, wenn ich du wäre. Okay, guck mal, ihr könnt mich mitkommen, ich verrat euch ein Geheimnis. Diese Blumen leuchtet im Dunkeln, warte bis es Nacht ist und folg dir nach Dior. Siehst du die roten Blumen, folge ihnen. Carly mag keine Monster, wenn du sie alle töten bist, würde Carly dir folgen. Ja. Ich dachte, wir müssen den leuchtenden Blumen folgen. Waren wir doch, oder? Aber an der einen Seite war ja auch sowas. Siehst du? Hä? Wo? Nein, diese roten, meint sie. Ach so, weil hier unten sind keine roten mehr. Ja, werden wir gleich sehen. Hör, warum ist Carly denn jetzt weg? Ich glaube, weil wir uns folgen. Ja, sie wird uns folgen, wenn alle Monster hier getötet haben. Also ist eigentlich scheißegal, was wir machen. Ach nein. Du schläfst. Ja. Ich frage mich, wie der Dialog ist, wenn Carly in deinem Team ist. Ja, dann sagt sie, ich weiß nicht wie. Ja. Dann kommt die Nötung. Gut, Preni, da unten. Ah, ist doch tot. Nachdem Preni erstmal rum. Aber da leuchten sie doch, da leuchten sie doch. Ja, ist in Ordnung. Warum bin ich jetzt auch mal die? Ja, weil du doch gerade am Schlagen bist. Ja, deswegen hat er einfach nur... Deswegen hat er doch Schill nix gemacht. Ahhhh. Ey, tut mir leid, Preni. Das hätt ich ja nicht ahnen können, weißt du? Ich hab keine ahnen können, das ist so eskaliert. Da wirst du ja auch mal mit Penne. Ey, ich bin auch geil, geil. Ja, sicher, ich bin für alle da. Ich bin immer... immer am helfen, ey. Ach so, ist nicht schwierig. Da hupt einer, ne, da hupt einer raus die ganze Zeit. Nö, nö. Intelligenz. Was kriegen wir? Nö. Ich glaub, wir müssen Geist ein bisschen öfter... Ja, danach. Äh, Erdkriecher. Ich wollt Preni erst ein bisschen intelligenter machen, weißt du? Was das geil ist, die sind Level 24, ey. Das ist all Level über uns. Ja, wir... Ja, wir... Ja, wir... Ja, wir... Ich weiß nicht, ob wir das richtige Level hier haben, aber... Ich hoffe es. Klar. Aber seit der Aufstufung können die eigentlich eigentlich alle gar nichts mehr. Nö, nicht wirklich. Davor waren wir klein und schwach und jetzt irgendwie so richtige... Klopper, ey. Oh. Was immer das auch ist, ey. Stärke. Zack. Ey, keine Chance gegen das Teil. Badz, Badz. Zack. Ja, der Bastard, ey. Noch am Ende, ey. Ich muss wechseln wieder. Was für ein selbstloser Heiler. Ich bin ja erstmal Preni schon. Nein! Nochmal! 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 So. Gott! Was denn? Nichts. Ist doch besser, als wenn wir das ganze Zeug verschwinden müssen. Ja, ist ja gut. Äh! So. Hundertfünfte Erfahrung geben die! Mhm. Die kann man glaube ich speichern. Ne. Später. Oh. Wen haben wir denn hier? Wer ist das? Hier ist das Grab von jemandem. Achso. Was dachte du denn? Wer haben wir denn da? Hätte ich gedacht. Wir laufen alle weg, oder? Ja. Ö. Ne. Ne. Wie sind jetzt hier die Bosse in der Stadt? Ist ja falsch. Okay. Ich weiß nicht. Wodan? Ne. Da unten dann. Oder ich hier. Da unten. Das sieht nach einem krassen Haus aus. Ja. Oh, wer ist das denn? Ich habe Menschen nichts zu sagen. Bitte geht. Alright, bitte. Wir brauchen eure Hilfe. Dann bist du von der Fee erwählt worden. Ja. Da seid ihr. Ihr Mannbringer. Ihr gemeint habt mich in den Werder hineingelassen. Cardi, du kannst nicht sein. Du wüsst es wirklich. Was hat der Alte gesagt? Achso. Ja, das bin ich. Wer bist du? Ich verstehe. Du warst noch zu jung, um dich zu erinnern. Bist du der feigen König? Mein Großpapa geht dir schlecht. Bitte hilf ihm. Der Priester und das Lüchter schuf eine magische Barriere um ihn zu beschützen. Das ist jetzt wieder die Fee. Ich drehe durch. Wir haben schon verschlags eine ganze Energie. Du bist da sehr krank. Das ist also die Geschichte. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Leeroy und Shaila müssen uns vom Himmel aus zusehen. Leeroy, ey, geil. Mama und Papa? Ja, Cardi, Leeroy und Shaila. Liebe zwischen Elfen und Menschen ist verboten. Der Priester und ich waren dagegen. Doch Leeroy und Shaila waren so glücklich zusammen, da wurdest du und Cardi geboren. Leider musste Leeroy und Shaila kurz danach sterben. Es geschau ohne einen Grund. Die Priester des Lichts nahm dich an, um dich in Wehe aufzuziehen. Die entschied, diese Stadt von den Menschen zu verstecken, damit sie so etwas nicht wiederholen konnten. Papa, Mama, waaah. Voll rassistisch, Herr. Ja. Die Leute, ich kann nicht viel für die Priester tun, Mana ist zu starken. Nicht stark genug. Wie kann eine andere Wahl, als das Mana-Shail herauszuziehen? Für die König, wir suchen nach dem Geistesweil, das wie so ist. Geh zu Göttin Stau-Tour im Nordwesten. Da wird jetzt nur die Kraft von Lunadik um meinen Weg wieder scheinfallen. Jetzt lass mal ja abspeichern und so, jetzt mögen uns ja alle. Ja, jetzt können wir auch einkaufen. Ach, Konter war vorher nicht? Nee. Kostet alles teuer. Hier ist es richtig teuer. Ich weiß gar nicht, ob wir alles kaufen können. Wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn alles hier für exotische Dinger? Oh, der... Ey, nur für dich noch. Der andere war, glaube ich, besser, oder? Nee. Na, okay. Ey, lass, ey, wir kaufen lieber noch Rüstung für uns. Aber wir können ja auch noch verkaufen, den alten Shit. Nein, war das jetzt... Nein, war nicht. Glück gehabt. Das ist aber... Nee. Nee, nee, wir haben keins für dich gekauft. Oh, ich konnte noch mehr gelaufen. Ja, mach du das mal. Na, ich verkaufe erst mal meinen alten. Oh, nee, ich rüß das erst aus und dann verkaufe ich. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber Shit-Song können wir auch noch kaufen eigentlich. Ja. Ey, so ein Degen, ey. Ja, klar. Natürlich stärker als so ein Bastard-Schwer. Kommt doch immer drauf an, ne? Ich bin deutsch. Damit hast du den Vogel abgeschossen. Ich? Hab ich das gemacht? Ja. Kann ich gar nicht sein. Alter, ich bin ruhig. Mhm. Willkommen. Willkommen. Ey, gibt's neue Hüte. Ich glaube es nicht. Und krasse Ref... Reflex. Was hab ich denn für... Ey, das sind nur zwei. Dann lass uns lieber das kaufen. Ja, ja, mach. Und für dich erst mal hier... Was ist das für sie, du? Was ist denn da für dich? Die System da. Elfenbusplatte? Mhm. Fahrt sind so pleite. Was sollen wir machen, ey? Ja, ausrüsten und mal schauen, ob wir noch irgendwas kaufen können. Wer man hat, weißt du, wer man hat's nicht? Für sie die System dann noch am besten. Aha, hast du die geholt grad. Nee, nee. Bin ich denn des Wahnsinns? Guck mal, wie viel Magieabwehr die gegeben hat. Wie viel? 74. Auf 74 hoch. Übel! Ich glaub ich eigentlich Magieabwehr. Auf 74 ist der nicht. Gibt's ja gar nicht. So, verkaufen noch hier bei den Elfen. Oh. Muss ich machen. Ach so, ja. Ja, das ist halt das. Ja, man biegt da nicht immer ganz so durch. So, das können wir noch verkaufen. Was können wir jetzt noch kaufen? Ja, ne Rüstung für sie. Oder für Prinidad. Aber wir können ja noch mehr kaufen. Hüte. Hüte. Ja. Ich glaub mal, lange Zeit gibt's dann keine Hüte mehr. Nee, ich glaub das sind auch die letzten. Also aus, ne. Ja, ne. Doch nicht. Ähm. Habe ich mir schon? Ja, hab ich. Ja, haste. Komm, wir uns ja doch noch ausrüsten, ey. Kannst du ja doch die Waffe gleich holen für sie. Möchtest du mich verarschen? Ja, muss, ne. Warum? Ja, warum nicht, ey. Wir sind Perfektionssalber. Na gut. Natürlich jetzt grad sehr spannend. Ja, das gehört dazu. Das stimmt. Und. So. Ey, wie tust du? Ach, hab ich ganz vergessen. Die hast du schon ausgerüstet, ne? Wie viel Magieverteilung du jetzt hast? Helm hast du schon ausgerüstet bei dir? Ja, Fanta Kapuzester. Ich mein bei dir. Ja, sicher. Siehste gleich, wenn ich hier verkaufe. Gut. Verkaufen. Der alte Kopfschutz, ey, der bringt ja nichts mehr. Versuch mal jetzt, Ärzte. Was bist? Ach, eigentlich schon gut. Alles zu teuer. Tja, leider. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Wollen wir kurz schlafen? Ja, hab ich auch gesagt. Wir sollen eben hier so... ...mein Mana auffrischen. Oh! Da wir sowieso so wenig Geld haben im Moment. Das ist eine grunde Abwechslung. Mana Tag. Speichern. Speichern. Und raus. Haben wir jetzt, äh... Müssen wir jetzt nicht bis nachts warten, oder ist immer nachts? Äh, das ist egal. Okay. Ekei, Wundertau. Weißt du, damals war das einzigartig. Stimmt. Und jetzt, äh... Chris hinterhergeschmissen. Und was jetzt steht. Schein, das entliege euch. Oh nein! Wenn die doch so fast waren, warum wurden die dann hier, ähm... Ach, keine Ahnung. Ach, deswegen musst du mal nachts hier hin. Damit du siehst, was rot leuchtet. Richtig. Ah, jetzt sind wir noch krasser ausgerüstet. Wir können uns gar nicht. Selbst Brini hält was aus. Ich glaub's nicht. Einfach nach Norden, oder was? Nach links jetzt. Das ist gut, dass du der Reiseführer bist. Aber ich könnte mal wieder ein Level vertragen. Bis jetzt. Nee. Was haben wir denn hier? Was, da können wir nicht speichern? Nee. Können wir gleich speichern. Lunat, hey! Hm, das hast du. Hm, dieses NFC nicht los, Franz. Hier, oder? Ich versuche es. Ja. Son of a bitch, eh. Ist nicht gut. Ist es okay? Ach, komm, ey. Soll ich speichern? Ja, ja. Speichern, oh. Nochmal? Ja. Ist doch kein Akt. Eigentlich schon. Jawoll. So. Dann ab. Boss, oder was? Kommt gleich. Okay. Ich bin gespannt, ey. Ich weiß nicht, wie nicht, wer es denn ist. Ich schon. Vielleicht ne wild gewordene Fee, ey. Ne wild gewordene Fee. Vielleicht irgendwo verkackte Elf, ey. Ein Elf. Ja. Kann das sein. Was für ein Mana-Stein fehlt uns denn noch? Ein Baum. Ja. Ah. 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 Das ist der Boss. Ah. Die Biene da. Mhm. Oh, guck mal. Fast gestorben. Ich heil uns gleich mal. Gut gemacht, Fee. Sauber. Boss ist tot. Da oben geht's zum Boss. Deswegen lass mich doch erstmal alle heilen. Ich geh jetzt rein. Lass mich heilen. Ich geh jetzt rein. Lass mich heilen. Lass mich doch heilen. Ich geh jetzt rein. AAH. Oh fuck. Oh. Ähm ey. Keine Chance. Jetzt geh ich rein. Nein. Ich kann aber. Lass mich bitte noch heilen. Danke. Jetzt was ist? Ich hab ne Truhe da. Und ich warte zu mir. Wir sind gefallen. Meinst du das ist gut? Das klingt logisch, also. Wie Pokémon, ne? Naja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob 150 krass ist. Mach doch mal diesen, äh, fetten Zauber. Ja. Anscheinend. Die Splase. Du kannst mal ein Ulti machen. Schade nicht auf die Raupe, ey. Boah, jetzt kriegt er sich nicht günstig. Uh, ist stärker. Pokémon, äh, Logik wird hier ausgehebelt. Hehehe. Hehehe. Oder sagen wir bei Naturgesetze. I see it through the grapevine. Oh, oh. Aber sie zaubert, deswegen ist sie immuner gut. Die wird danach, äh, hingefahren. Ne, ne. Ne? Klar. Nein. Ach, warum höre ich nicht auf dich? Puh. Das freu ich mich auch. Üff, das passt das hier eigentlich noch. Hahaha, jetzt gibt das endlich zu, ey. Nach drei Jahren, ey. Ey, da ist ein Pumpi, ne. Ich heil mal, Prini. Ja, kannst du machen. Dank diesem Klassenwechsel sind wir so unbesiegbar. Ja, der muss generell es nicht einfach. Luger war immer noch am schlimmsten, ey. Das war, das... Das kam selber Saschen, deswegen. Das hat er uns einfach... Das war der Übertaschungsstrument. Boom. Der macht aber auch irgendwie nichts, kann das sein? Ja, der ist sehr faul. Der ruft da seine Leute, versucht die ganze Zeit Prini zum Schlafen zu bringen. Ja, vielleicht ist er jetzt eingeschlafen. Ne. Ist tot. Geist. Ich brauch mehr Mana. Er lebt doch. Wegen dem kleinen Käfern, oder was? Geh mal Kraut. Verstehe ich. Ja, wahrscheinlich durch die kleinen Bastarde wurde ich gelevelt. Kann man da irgendwie... Kann man die nicht treffen? Ja, die ist grad... WTF? Oh, jetzt fängt der Spaß an, ey. Was ist für ein Monstrum, ey. Ne Venus-Fienfalle. Nein, du kommst nicht dazu, Deck. Dagegen ist Tropicalo ja ein Witz. Ja, stimmt. Was hilft nochmal gegen die Tropicalo? Äh, Energie ist auch geil. Energie ist auch geil. Drei Punkte abgezogen. Hammerbohne. Jetzt raste die aus. Ach, guck mal, 74 hat das abgezogen. Wie schlecht. Feuer. Nein! Was? Du willst meine dreckige Heilung nicht, stimmt? Ich will zuauen, ey. Das ist was. Kannst dir ne Venus geben irgendwie. Hätte ich auch gesagt. Ich werd nur vergiftet von denen. What the? Ja, die Attacke ist ziemlich stark. Mach ich das halt. Ja, ich muss mich heilen. Ja, ist ja gut. Bam, ey. Zack. Tiger Uppercut. Ja, was? Gestern hab ich noch Street Fighter gespielt, ey. Nein, der hat auch sein Mikrofon. Ein ganz deutscher. Und er so, mein Joypad geht nicht. Hab ich nur ausgeladen, ey. Geil, ey. Oh, volle Angst. Der ist trotzdem wirklich. Mein Joypad. Ja, ich zauber jetzt nicht, weil er ein Magie-Schild hat. Hat er? Naja, hat er doch irgendwas gemacht? Autsch. Hammerwohn, ey. Der Bastard. Jetzt, ähm, Magie-Aktivität gesungen. Jetzt kann ich wieder. Ich würd's einfach probieren. Mein Mana geht zur Neige. Ja, der ist eh gleich kaputt. Ich glaub auch. Und dann gleich, ey, wie Luger. Bah, ey, drei Magie-Attacken hintereinander. Nimm das, du Hund. Deswegen halt ich mich jetzt auch hoch. Nee, der liegt mehr in Fett drin. Na, guck mal, wie leicht das ist mit dem Heiler, ey. Sichtig easy. Also, ich bin ja noch... Dazu bin ich noch Kämpfer, weiß nicht. Ich bin beides, ey. Krasser geht's gar nicht. Ja. Ich steh in einer geilen Pose da. Friedi kneift die Augen zusammen. Oh, wir haben gewonnen. Kein Thema. Hey, diesmal brauchen wir nicht ein Lebenswasser. Die Zeiten sind vorbei. Schnell. Es ist hartziger. Ey, ich nicht. Doch. Ich bin getötet. Ich war in der goldenen Rebe gefangen. Sie verbraucht gerade ganze Energie. Äh, im ersten hat er noch bayerisch gesprochen. Mhm. Deshalb sind alle ganzen Pflanzen so groß geworden. Ich danke euch. Es tut mir leid, dass ihr die goldenen Rebe besiedeln müsstet. Ja. Mach dir keine Sorgen darüber. Wir brauchen dann Hilfe und das Trotz öffnen. Ich kann nicht. Meine Kraft ist verbraucht. Ich bin nutzlos. So wie immer. Ja. Du bist der Geist der Pflanzen, stimmt's? Weil die goldene Rebe lebt, kann alles überleben. Ich weiß nicht. Er hat recht. Hartziger, bitte. Danke, dass ihr mir eine Scheiße gebt. Ich versuch's. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Und dann gehen wir mal los. Mach hier jetzt mal eben einen Schnitt, ja? Ja.